So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und Ostern steht vor der Tür, es ist jetzt gerade hier grün Donnerstag, ich werde nachts noch fix dieses Video aufnehmen, dass ich am Karfreitag dann Pokémon Pause habe, sozusagen. Es gab am Donnerstag schon keinen Stream, am Freitag wird es keinen Stream geben, ich wünsche euch trotzdem frohe Ostern und was alles noch so dazugehört. Samstag wird es Raids für Zuschauer geben mit Voreos, weil nächste Woche ist ja wieder der Z-Day, da wird es keine Raids für Zuschauer geben, nächste Woche ist auch der Hannes da, hoffe ich, dass das alles klappt. Pupsi freut sich auch schon, oder? Ja, sie hat natürlich genickt, um das mal zu übersetzen. Ein Osterevent steht aber an und hier ist eine dicke, fette Überschrift, ihr wisst, wir geben immer den Senf dazu ab, Osterevent 2021 mit vielen Shinies, ja. Die Überschrift ist schon mal, macht Bock auf mehr, viele Shinies, oh mein Gott, was werden sie da alles einführen? Jetzt komme ich mir schon vor wie BisaFanTV, oh mein Gott. Hier ist ein Rückblick, 2020 ignorieren wir, wir gucken, Osterevent 2021, Start, 4. April, 10 Uhr, Ortszeit, schreibt euch das in den Kalender. 4. April ist der Sonntag, Sonntag 10 Uhr. Ich weiß nicht, ob wir Sonntag Rates für Zuschauer auch noch machen, kommt drauf an, was am Samstag, wie der Andrang ist, wenn wirklich gar nichts los ist, dann, ich glaube, Boreos interessiert sowieso keinen großartig. Würden wir euch Ostersonntag auch gemütlich einfach zocken lassen und darauf verzichten? Trotzdem, Sonntag 10 Uhr Ortszeit startet das Event und ist am 8. April 20 Uhr Ortszeit auch schon wieder um. Das Osterevent dauert 5 Tage an, sodass die potenziellen Shinies in diesem Event möglicherweise selten werden, da die Zeit eher begrenzt ist. Und wir wissen ja, Osterevent mit vielen Shinies, jetzt klingt das so, als würden sie 5 Millionen neue Pokémon einführen, die shiny sein können. Ja, ich blicke nur noch nicht ganz durch. Bestimmte Pokémon erscheinen während dem Event häufiger. Hier ist aufgelistet, was, wie, wo. Wild, Pikachu mit Blumenkranz. Äh, ist jetzt nicht wirklich was Neues, also Pikachu gab es ja schon die ganze Zeit mit Blumenkranz zu diversen Events. Owei, okay, Meryl, Plusle, Minun, Haspiror, Skobble, Schanera mit Blumenkranz, okay. Schanera mit Blumenkranz gab es bis jetzt auf jeden Fall noch nicht. Jetzt ist natürlich, steht das nicht dabei, aber man kann natürlich davon ausgehen, also Pikachu mit Blumenkranz, wieder shiny. Wem das noch fehlt bei der Pikachu-Sammlung greift zu. Owei kann shiny sein, Meryl, Plusle, Minun, Haspiror kann shiny sein, Skobble ist das einzigste Pokémon, was nicht shiny ist, aber wir sehen hier ja schon, Shiny Skobble. Also, Shiny Skobble wird auch eingeführt, der nächste Osterhase, der shiny wird ein bisschen an Farbe verliert, aber trotzdem. Und Schanera kann ja auch shiny sein. Und diesmal Schanera mit Blumenkranz, das, da wird das Rad nicht neu erfunden, ne, ihr wisst Bescheid, aber trotzdem. Frühlingsevent war es ja schon immer so, Osterevent, das gibt sich die Hand, sagen wir mal. Viele sagen, brauchen sie nicht so einen Dreck, sie wollen ein Schanera, sie wollen ein Hytera, sie wollen ein Bonera, keine Ahnung, aber was will man mit einem Blumenkranz teil? Weil meistens konnte man die gar nicht entwickeln und so waren die eh unnütz. Kennt ihr noch Partyhut-Waumpel? Die Leute haben gedacht, man kann das entwickeln, sind komplett durchgedreht, dann ging es nicht entwickeln, dann sind die Leute noch mehr durchgedreht. War aber gut so, hat man sich einfach Waumpel shiny gegönnt, mit allen Familienmitgliedern und das Partyhut-Waumpel shiny einfach so obendrauf. Gibt es halt immer nur bestimmte Zeiten, das heißt, Sammler haben da immer einen mega Druck, das zu bekommen. Schanera gibt es das ganze Jahr, mit Blumenkranz, eben nur diese fünf Tage. Was ich also bräuchte, wäre Skopple zweimal für die Familie, Schanera zweimal für die Familie zum Entwickeln mit Hytera, dann gibt es aber Eier, dann ist das nächste. Ihr müsst ja nicht nur wilde Pokémon fangen, ihr müsst ja auch Eier brüten und ihr kriegt im Event, glaube ich, nur zwei Kilometer Eier. Vonnera mit Blumenkranz, und da ist auch schon der große Knackpunkt, natürlich fängst du nicht einfach ein Schanera und dann entwickelst du das und dann fängst du noch ein Schanera und hast die Familie voll. Das hat ja ein Baby, Vonnera, und das kommt auch mit Blumenkranz. Jetzt musst du wieder 10 Millionen zwei Kilometer Eier brüten, innerhalb von fünf Tagen musst du dieses Vieh bekommen, um perfekt zu sein. Das wird wieder ein Spaß werden, auch Owei ist in zwei Kilometer Eiern, ich meine, das sitzt wild überall, ihr könnt es trotzdem brüten. Evoli mit Blumenkranz, okay, wer da noch kein Shiny mit Blumenkranz hat, ich habe die Blumenkranz-Familien voll. Pichu mit Blumenkranz, weiß ich gerade gar nicht. Kann sein, dass Pichu mit Blumenkranz mir noch fehlt, das heißt, zwei Kilometer Eier, Vonnera, Pichu, Skobble, auch in den zwei Kilometer Eiern, als Shiny natürlich. Geronimatz steht hier, Geronimatz, ultra seltenes Pokémon Shiny, was es ja gibt. Ihr wisst, das konnte man sonst aus der GBL bekommen, dann wurde das eingeführt als Shiny, da gab es das nur in Raids. Leute hatten keinen Bock zu raiden, da das eine Rate, eine Quote von 1 zu 450 hatte. Ich habe trotzdem zwei Shinies bekommen, eins davon ist aber leider Lucky geworden. Ihr wisst, wie ich zu Lucky stehe, Lucky Shinies. Das heißt, mir würde noch ein Geronimatz fehlen, auf der Suche nach Vonnera und Pichu vielleicht. Vielleicht schlüpft auch noch ein Geronimatz. Also eigentlich lohnen sich die zwei Kilometer Eier jetzt schon dreifach, könnte man sagen. Skobble sowieso dabei und Mamfaxo ist noch aufgelistet. Ihr wisst, ist das Baby von Relaxo. Relaxo gibt es schon als Shiny. Was ist mit Mamfaxo? Es steht nirgendwo was Offizielles, aber die Gerüchteküche brodelt wieder über. Feldforschungen mit Azumaril, Geronimatz und mehr. Ihr könnt Geronimatz also nicht nur aus Eiern brüten, ihr könnt es nicht nur aus, ja gut, normal ist das im 10 Kilometer Eier, glaube ich, drin. Im Event jetzt im 2 Kilometer Eier, ihr könnt auch Feldforschungen machen. Welche? Weiß man noch nicht. Wie häufig die sind, weiß man noch nicht. Ich weiß, viele werden dann einfach auf Geronimatz-Jagd gehen, weil die mal sagen, in den Feldforschungen ist wohl die Chance erhöht. Ob das wirklich so ist, weiß man eigentlich nicht. Oder auch doch, schreibt es mal drunter, wenn ihr da genaueres wisst. Krypto-Owei erscheint häufiger in Team-Go-Rocket-Kämpfen. Mega-Schlappohr erscheinen in Mega-Raids. Kann das was? Ist das cool? Vielleicht machen wir am Sonntag auch einfach Mega-Schlappohr-Raids für Zuschauer. Direkt wenn das losgeht, zack. Aber das geht auch eigentlich wieder nicht, weil da habe ich gar nicht so viel Zeit. Wenn dann hätte das frühs gleich losgehen müssen. Na egal, mal gucken. Vielleicht dann halt in der Woche, wenn das noch da ist oder so, ist ein neues Mega-Pokémon. Mega-Raids für Zuschauer wird auf jeden Fall, denke ich mal, kommen. Eine Folge zumindest irgendwann. Für die Leute, die das wirklich interessiert. Nicht jeder macht Mega-Raids. Vor allem nicht Mega-Schlappohr. Aber die, die das brauchen, die das wollen, niemanden dazu finden. Wir werden uns wieder zusammensetzen. Ich muss ja auch 3, 4, 5 machen, dass ich dann das entwickeln kann wieder. Das männliche, das weibliche, das shiny und so weiter. Äh, Avatar-Items inspiriert durch Mega-Schlappohr im Shop. Das ist bestimmt besonders toll. Event-exklusive Aufkleber in Geschenken an dem Hoge-Stops. Das wird immer schlimmer. Collection-Challenge für ein Glücksei. Mega-Energie- und Erfahrungspunkte. Die Collection-Challenge hatten wir jetzt schon eine Zeit lang gar nicht mehr. Es gab sie jede Woche. Eine neue, eine neue, eine neue. Die ganze Zeit hin und her, um eure Medaille zu pushen. Jetzt war die ganze Zeit Ruhe. Da kommt sie zurück. Hier habt ihr noch Bilder von Shiny Sgoppel. Mit dem... Kreppet hier mit dem Bierkrug auf dem Bauch. Finde ich besonders toll. Und dann hat es einfach Cola-Weizen. Na gut, eigentlich sieht es eher aus wie Kakao, aber... Da finde ich aber trotzdem, dass das normale... Shiny... Also gut, der Hase hier hat was. Also Skobel als Shiny, ja. Kreppet, finde ich, fehlt mir ein bisschen Farbe. Da finde ich das normal irgendwie cooler. Shiny Mamfaxo, wichtiger Punkt. Seit der Pokémon Go Tour Kando ist die schillernde Variante von Relaxo im Pokémon Go erhältlich. Ausgehend von bisherigen Pokémon, deren Shiny nach Einführung der Babyform veröffentlicht wurde, rechnen wir stark damit, dass nun auch Mamfaxo in seiner schillernden Variante erhältlich sein wird. Es ist nichts angekündigt, aber wie immer wissen wir, Niantic kündigt euch 5 Sachen an, aber 10 Sachen kommen. Und irgendwo taucht wieder was auf. Ey, das ist auch live, das ist auch live, das gibt's, das gibt's. Also wir dürfen gespannt sein. Wir werden natürlich dann noch heftiger in den 2 Kilometer Eiern, wirklich Bonera, Pichu, Mamfaxo, Skobel, Geronimatz oder wer halt noch braucht, auch Ova, Eboli. Also da wird natürlich wieder ordentlich reingecashed. Bei Niantic klingelt wieder die Kasse, wenn ihr nur 2 Kilometer Eier kriegt. Das verschlingt so schnell die ganzen Brutmaschinen. Ihr müsst so schnell wieder neue Brutmaschinen holen. Und ihr lauft ja auch nur, glaube ich, die halbe Distanz. Also 1 Kilometer, zack, nächste Brutmaschine, nächste Brutmaschine, nächste Brutmaschine. Und bei Niantic klingelt die Kasse. Boni. Seit langem gibt es in einem längeren Event tatsächlich wieder Boni. Und diese sind durchaus interessant. Doppelte Bonbons fürs Ausbrüten von Pokémon. Passt zu Ostern, ne? Man weiß nicht, ob sich das auf XL-Bonbons auswirkt. Aber ihr könnt ja eh nicht beeinflussen, welches Pokémon ihr gerade brütet in dem Moment. Ist also immer wieder Zufall. Glückseier dauern 60 Minuten. Wer also Bock hat, eine dicke Raidrunde zu machen, kann davon profitieren. Und eine halbe Brutdistanz, ja? Einhalb Brutdistanz. Die Hälfte Brut... Eins von zwei Brutdistanz steht da, genau. So macht man das. Deswegen statt zwei Kilometer auch ein Kilometer. So. Dieses Event steckt voller potenzieller Shinies. Hm. Okay. Hier steht auch nochmal dabei, Geronimatz, seltenes Shiny und so weiter. Da ist der Shiny Manfaxo möglich. Ist natürlich nicht offiziell. Also was denkt ihr? Wird Shiny Manfaxo kommen? Ja? Nein? Vielleicht? Sollen wir hier noch stehen? Das ist nochmal von Poggefans.net, weil das andere war von GoGames. Steht eigentlich direkt nochmal dasselbe. Da stehen die Boni nochmal dabei. Da stehen die Details nochmal. Kostüme dabei. Rockets. Mega Raids. Aufgaben hier. Nochmal Bild von Skobbelt und Krabbelt. Ihr habt auch ein Mega Raid Guide für Schlappohr, dass ihr schon mal seht, wie das aussieht. Ist das nicht heftig, oder? Da kriegt man jetzt auf jeden Fall richtig Angst. Ich meine, die Werte können sich an sich sehen lassen, die hier stehen. Maximale WP. 3.745 auf Level 40 oder 4.234 auf Level 50. Das klingt auf jeden Fall trotzdem ziemlich heftig. Ist aber als Kampf-Pokémon ziemlich weit abgeschlagen. So. Rest brauchen wir uns jetzt so nicht angucken. Wenn es soweit ist, wir werden auch wieder ein Mega Schlappohr Community Raid machen. Es wird sicherlich Raids für Zuschauer geben mit Mega Schlappohr. Seid gespannt. Wie findet ihr das Oster-Event? Habt ihr Bock? Was braucht ihr noch? Auf was freut ihr euch besonders? Für mich natürlich neu. Skobbel. Und wenn die vorhandenen Shinies, die man schon hat, plötzlich halt ein Blümchen im Haar haben und man die nochmal bekommt, wäre das auch nicht verkehrt. Man Faxo. Man weiß es nicht. Dann bitte gleich zwei. Ihr wisst, mir fehlt. Shiny Relaxo. Die Leute veräppeln einen immer. Ich hab eins. Ich tausche mit dir. Ich hab doch keins. Egal. Wird auf jeden Fall kommen. Am Sonntag geht's wie gesagt los. Wir gucken mal drumherum, wie wir das alles managen. Und würde ich sagen, war's das von meiner Seite aus. Wieder viel zu lange geredet. Viel zu viel. Viel zu wenig gezeigt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Warte mal. Wo ist denn der Knopf? Da unten. Ciao.